giganten aus stahl wenn eine idee zur realität wird mohoi hier ist wieder mal kirsten heute möchte ich euch mitnehmen zu einer wundervollen ausstellung die ihr hier seht am anfang steht immer eine idee ob es nun eine idee ist aus altmetallen von motorrädern autos oder lkws diese wundervollen skulpturen herzustellen die ich wie ich finde einfach nur fantastisch sind oder aber ich habe eine andere idee in welche richtung auch immer dies gehen sollte sollten wir immer unserem inneren impuls folgen wo die und ich sind gestern rein zufällig hier gelandet zufälle gibt es ja nicht wie wir ja wissen es sollte so sein und wir kamen aus dem staunen nicht mehr heraus was aus vielen kleinen muttern herzustellen ist wie zum beispiel das pferd was noch folgt oder gerade jetzt hier zu sehen ist diese vielen zündkerzen was man daraus machen kann und vieles vieles mehr wir kamen mit vielen lieben menschen ins gespräch wir haben gelacht und gescherzt und wir haben uns alle gefreut haben uns gegenseitig fotografiert und da war wieder so viel miteinander und ich musste wieder sehen was freude machen kann gemeinsam sich freuen an schönen dingen gemeinsam sich was gutes tun und wenn es heißt wie ich das gestern auch wieder gemacht habe wo vier engländer auf einer bank saßen im hintergrund war der stier zu sehen stier ist ja mein sternkreiszeichen und ich fragte ob ich sie fotografieren solle weil sich immer alle gegenseitig fotografiert haben natürlich boten sie mir an dass auch ich fotografiert werden kann aber ich habe noch auf mutter gewartet und ich finde das immer so wunderbar diese zufälligen begegnungen und wenn man wirklich seine fröhlichkeit sein liebevolles miteinander oder die liebe die man im herzen hat einfach weiter gibt und wenn man einfach spontan sagt ja soll ich von euch mal ein foto machen damit ihr alle drauf seid das ist einfach noch schön und das erwärmt wirklich mein herz und im moment ist es ja wirklich so dass ich jetzt mit vielen freunden gesprochen habe wir sind alle der meinung gerade in dieser zeit wo ja auch viel passiert dass wir wirklich eins nicht vergessen dürfen jeder ärger den wir heute haben oder jeden frust oder wut die wir haben ist einfach vergeudete lebenszeit wenn wir etwas nicht ändern können dann lassen wir es einfach so haben wir das jetzt gemacht mutter und ich denn wir wollen wirklich uns es schön machen und wir freuen uns auf schöne einladung die wir bekommen haben von lieben freunden wir freuen uns wirklich auf zufällige begegnungen ein schönes liebes telefonat und vieles vieles mehr ich habe dieses kleine video jetzt ganz spontan zusammengestellt für euch damit ich euch nur zeigen kann was schöne dinge bewirken was schöne dinge bewirken vielleicht gefällt es dir genauso wie mir ich musste das einfach alles fotografieren weil ich einfach nur total begeistert bin und so ist das wirklich im leben folge deinem herzen und deiner idee die du vielleicht gerade hast egal wie verrückt sie ist versuche sie umzusetzen und freue dich daran dass du vielleicht auch anderen menschen damit eine freude machen kannst inwiefern das auch aussieht ich hatte gestern wieder viele nette begegnungen und mutmacher und das ist einfach immer nur schön und vielleicht wiederhole ich mich in meinen äußerungen aber ich handle einfach aus dem herzen heraus und ich möchte diese wunderbaren skulpturen diese tollen arbeiten die übrigens alle einzelstücke sind vor 13 jahren kam eine idee bei diesen menschen auf etwas aus altmetallen zu machen und jedes stück oder der pudel oder auch was auch immer da steht sind einzelstücke und man kann sich auch auf wunsch irgendwas anderes machen ich mache hier keine werbung ich möchte bloß damit deutlich machen was man wirklich aus dingen die vielleicht nutzlos erscheinen und vielleicht für andere nur schrott sind sowas wunderbares herstellen kann und das ist meine botschaft für heute an alle lieben menschen oder du vielleicht hast du es in einem jahr gehört oder hörst es jetzt gerade an jetzt eine woche nach veröffentlichung oder einen tag nach veröffentlichung oder wie auch immer denn dies ist eine botschaft höre wirklich auf dein herz und nimm es an angriff was du jetzt gerade umsetzen möchtest habe keine angst davor den ersten schritt zu tun denn wir wissen alle nicht wie viel wertvolle lebenszeit wir noch haben oder wie ich noch habe und die sollten wir nicht vergeuden mit irgendwelchen nutzlosen dingen sondern wir sind hier um auch ganz viel freude und liebe zu erfahren und glück die wir mit vielen anderen lieben menschen teilen wollen sowie du vielleicht spontan jetzt oder ich wie ich ganz spontan eine liebe freundin angerufen habe die jetzt fast 90 wird auch wenn du mal von jemand nichts gehört hast ruf einfach an und munter diesen menschen auf gib dein glück und deine liebe die du in deinem herzen hast weiter und du wirst dich ganz groß fühlen denn alles andere was hier passiert mit kriegen und so das ist nutzlos das brauchen wir alles nicht und das könnten wir jederzeit abstellen sofort wenn wir nur wollen in diesem sinne ganz liebe grüße von kirsten und ja heute der 27 siebte 2024 gedenke ich meiner geliebten oma die 2001 um 17 uhr verstorben ist und da haben wir wieder die zahlen 777 nichts ist zufällig glaube daran und folge deinem herzen deinem bauchgefühl und deiner intuition auf bald mal wieder tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020